ja hallo leute willkommen zurück zu nova empire unsere station die wächst langsam wir befinden uns mittlerweile auf gold 3 und wenn wir einfach mal so ein bisschen vor uns hinzocken ich hatte hier zwei scans laufen also unser admirale haben hier ein bisschen was ausgescannt können wir uns mal angucken lesen wir uns mal kurz durch die geisel ist nirgends zu finden der gefangene genommene piraten einfach erzählt er wie es der geisel gelangt die normalerweise kurzsichtigen und brutalen piraten mit seiner neuen universellen feldtheorie für sich zu gewinnen der wissenschaftler und die piraten haben sich bewaffnet mit diesen neuen erkenntnissen in die tiefen des alles aufgemacht vergehen wir keine zeit wir müssen den wissenschaftler finden suchen wir mal den wissenschaftler gucken wir uns mal an was gehen wir das mal aus ja immer wieder die kira ja das fülle ich mal diesmal nicht auf ich meine glaubt die truppe ist stark genug so das dauert eine minute dann gucken uns den zweiten scan an unsere flotten müssen diesen planeten weiter untersuchen um dessen situation zu verstehen bekommen 2000 kristalle machen wir weiter fliegen wir da auch mal hin ja das mit der sonde habe ich jetzt mittlerweile glaube ich verstanden also wie gebiete die wir noch nicht ausgekundschaftet haben wenn wir hier die sonde nutzen dann decken wir das kurze zeit auf und dann können wir hier sehen was hier passiert und dann können wir auch hinfliegen und das können wir dann auch abscannen ok dann nehmen wir den kai ob jetzt ja hier können wir die flotte mal auffüllen und dann fliegen weil auch in euro das dauert 14 minuten gut so dann ist jetzt mittlerweile die zentrale die ist immer noch im bau also die ist jetzt schon ewig diese raumstation werden wir gerade auf stufe vier ab das dauert hier irgendwie glaube ich noch hier noch eine stunde dann bekommen wir auch glaube ich coole neue gebäude aber ich glaube obwohl das im bau ist können wir glaube ich hier noch schon weiter skillen ich habe jetzt einfach mal von mir aus glaube ich den handels den zweiten handels posten mir gebaut weil einfach ich hatte hier in letzter zeit immer probleme mit den kristallen die waren immer ratzfatz weg hier so energie und 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 mineralien wir sind immer jede menge vorhanden aber die kristalle waren immer schnell aufgebraucht deswegen habe ich hier jetzt so eine zweite basis so einen weiteren zweiten handels posten gebaut der als bauen wir ja schon mehr ab also deutlich mehr und es dauert halt wieder sich doch schon immer länger so zwei stunden aber ja ist ja klar so gut dann werden wir ja wie immer hier versuchen alles im bau zu halten erforschen habe jetzt mittlerweile auch schon in die flotte so ein paar punkte gesteckt da sind glaube ich ein paar interessante sachen dabei wie zum beispiel hier erhöht die schiffbaugeschwindigkeit um zwei prozent ja cool wartungskosten ja gut ist mittel momentan noch nicht so relevant ist bei mir noch nicht so teuer das konnte ich letztens nichts gehen weil mir halt einfach die kristalle gefehlt haben das werde ich jetzt mal erforschen dann werden wir natürlich ein paar schiffe wieder bauen jetzt wo wir online sind werde ich ist ja meine strategie mal die günstigen bauen die dann kann man die sind schnell fertig dann kann man dann im anschluss gleich mal noch weitere schiffe bauen aber was mich noch brennt interessieren würde wie wie so ein perfekter fleet aussieht also in was für einer konstellation man wie viele schiffe man so ein fleet rein macht also ja klar ich denke mal diese gun chips die werden vereinzelt wohl nicht viel ausrichten aber in einer in größerer stückzahl sind die bestimmt gut nervig und da haut man da bestimmt hier ein paar rein keine ahnung wie viel 50 100 oder so und dann absteigend hier also mittelmäßigen schaden bestimmt haut man halt mittelmäßig rein und die teuren dinge ja gut ich kann jetzt drei kampfschiffe bauen zerstörer sind teuer machen bestimmt viel schaden haut man dann halt weiß ich nicht zehn stück rein oder so in so ein flied ja wenn ihr da mehr drüber wisst könnt ihr mir unten in die kommentare schreiben wie wir das so am geschicktest macht wie eure fleet so aufbaut und dann habe ich gesehen ich kann jetzt mittlerweile schon sechs admirale ausbauen rekrutieren also ich habe zwei und wo war das jetzt wo konnte man ja hier einfach mal auf die auf die station klicken das war doch der na wie ist das ding jetzt hier das nicht judo ist natürlich sehr gut vorbereitet hier wieder hier genau stern akademie rekrutieren da habe ich gesehen zwei von sechs ganz schön viel glaube ich werde ich mir einfach mal in dritten admiral holen also das sind hier wo die die nicht so tollen das sind die 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 blauen da gibt es bestimmt noch äh äh die blauen die grünen natürlich gibt es bestimmt noch blaue epic epic vielleicht sogar legendäre keine ahnung ich weiß es nicht vermute ich jetzt einfach mal ja gut wir werden jetzt einen von denen hier holen sani was anführer plus zehn hier verändert sich nichts mhm was macht die äh stellt schilde nach gefecht wieder auf zehn prozent höher her mhm ja keine ahnung was man hier nimmt ich nehme die mal äh weil ich glaube ich habe äh dieser äh lai den ich habe oder rai oder wie der heißt der hat glaube ich schon äh führung plus zehn das kann man halt auch glaube ich äh ähm erforschen glaube ich diese führung oder weiß ich nicht ob diese diese fähigkeit hier so krass ist ähm ich nehme die schildtechnikerin einfach mal ich meine wir haben hier noch genug plätze da können wir ja hier äh ja noch andere äh coole admirale bauen äh machen wir hier irgendwie was kostenlose kristalle gerne nehme ich gerne mal mit kristalle sind ja knapp so da haben wir hier äh aktualisierte die sternakademie einmal ok da haben wir wieder was von oh da haben wir fünf echt geld währung ähm haben wir wieder was für unseren täglichen bonus sammle kostenlose vorräte yo haben wir auch so dann mhm ja gut piraten können wir jetzt glaube ich nicht machen weil unsere ähm admirele ach nee wir haben ja gerade wir haben uns doch gerade ein admiral äh zugelegt aber wir haben keine schiffe naja gut dann bringt das nix ähm der hatte doch hier glaube ich nur eine minute äh war er doch hier nur unterwegs war das nicht so eine minute äh genau da steht hier sinnlos rum wo ist er denn jetzt der kai oder wie er heißt hieß der war doch gerade ja gut so dann suchen wir uns jetzt einfach mal ein pirat raus ja nehmen wir den ich weiß jetzt nicht was für eine truppenstärke der hatte aber ich glaube mehr als das ähm ich weiß nicht was dieses stabilisieren bedeutet gut dann greifen wir die piraten mal an die andere ist unterwegs ähm so was haben wir hier noch so zu erledigen ja soweit ist hier alles im bau die schiffe machen wir mal hier äh noch mal noch mal die gun chips und noch mal ach das war der zerstörer gut ist auch egal so dann würde ich sagen ja was gibt es noch so zu erledigen mhm momentan glaube ich erstmal nichts so wir können ja hier mal diese mission noch mal gucken ähm ja wie man hier genau diese energie generiert weiß ich auch nicht vermutlich einfach durch die zeit äh ich weiß auch nicht ob dieses das uns zeitlich beschränktes event ist ja wahrscheinlich hier neun tage dann gucken wir mal hier kriegt man immer irgendwie manchmal so eine fragmente äh kann sich dann wahrscheinlich später irgendwie schiffe bauen dadurch na gut haben wir hier kein fragment bekommen ähm und ja dann warte ich bis ähm hier bis die raumstation endlich mal fertig ist die ist schon gefühlt zwei wochen hier äh 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 beim upgraden in wirklichkeit weiß ich nicht glaube so anderthalb tage oder so aber es zieht sich irgendwie hin und dann kann man ja hier glaube ich wieder neue gebäude errichten oder so ähm ja so dann würde ich sagen gut war jetzt keine spektakuläre folge ähm war es das glaube ich erstmal für den moment und ja klicken wir hier nochmal kurz rauf gucken was wir hier an belohnung bekommen haben ähm ja klicken wir hier nochmal rauf was haben wir hier so eine gratis kiste kaufen war was kriegen wir da schickes was das 50.000 energie ok so gut dann würde ich sagen gold 3 ähm ja haben wir erstmal alles so erledigt für den moment würde ich sagen zocke ich mal noch ein bisschen vielleicht haben wir in der nächsten Folge mal ein paar bisschen spannere Sachen zu erledigen ähm aber äh ich muss sagen es macht mir echt Spaß das Spiel so zu spielen so ein bisschen äh Science Fiction Aufbau Strategie Spiel äh man baut so seine Fleets auf man killt so ein paar Piraten später dann wahrscheinlich auch gegen andere Spieler oder so äh ist ganz spaßig ähm kann ich empfehlen durchaus äh ja gut dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und tschüss